Ha, mein Nacktlub ist ausgerechnet auf diesem Dach gelandet und ich komm nicht drauf. Hm, hemmes auch nicht, da klopfen wir mal. Keine Ahnung. Hm, was mach ich jetzt? Hubschrauber wanden und das holen, hier kann ich es nicht tun. Okay, hol ich den Hubschrauber mal. Da ist auf meinem Dach. Na, das wird jetzt ein bisschen umständlich. Gut, da komm ich ja rauf. Ist zwar... Ja. Okay, Treibstoff reingeben. Gut, dass ich genug habe. Kann ich das retten, meinen Nachschub hier. Das ist blöd. Wenn ich 30 Minuten Rest habe, das wird sich schon ausgehen. Wenn nicht, habe ich einen Pech. Na. Jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ja, also nur ein ganz kleiner Flug. Wo war denn das jetzt der Krach? Na? Da bin ich schon ganz verrückt. Ich muss sagen. Ah. Na, das lag für etwas. Und dann müsste ich jetzt... Ja, genau. Dort unten. Mal schauen, ob ich es schaffe, irgendwie zu landen. Das gewinkt mir nicht immer. Ich weiß es gar nicht. Ich sehe das nicht so richtig. Hm. Keine Ahnung. Da muss ich eine Runde machen wohl. Okay. Dreh ich mal um. Das ist hakelig jetzt das Ganze. Oh, wow, 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 wow. Ah. Ziemlich dicht gebaut. Bebaut hier. So. Wo ist jetzt das Haus? Ah, hier. Ah, das nach vorne. Dann auch noch ein Haus. Na, super. Wie mache ich das am besten? So. So. Ein bisschen rauf. Und einfach abspringen. so. Jetzt fällt es runter. Aber jetzt gehört mir. Ich lande unten mal. So, runter mit mir mal. Nein, nicht schon wieder. Jetzt hole ich mir mal das. Den Hubschrauber kümmere ich mich später. Also, was war die Beute? Hm. Nicht besonders. Was ist das? Das ist gut. Ein Materialumwandler. Ja, das ist auch gut. Ah, die Hellerwind zucken. Und zum Diamantenschreifen noch. So. Warte, das entleere ich gleich. Okay. Na, der liegt jetzt da hier. Den kann ich nicht mehr aufstellen. Okay, da gibt es ja, Gott sei Dank, einen Klassenbefehl hier. Muss ich mir gerade hinstellen, wo. Ein bisschen mehr. Genau. D. Also, G. A. Pack. Wenn ich Glück habe. Na, also. Der Sprit ist auch noch drin. Okay, dann versuche ich bei mir zum Landen am Dach. So, hoch. So. Ein bisschen eilige Rettungsaktion. Das ist jetzt blöd jetzt da gewesen. Also, ausgerechnet, wenn ein anderes Haus am Dach landet. Mal passiert das relativ selten. Aber wenn, dann passiert es mir. Na, Nona. Den alten Opa. Dann passieren die unmöglichsten Sachen. So. So. Dann versuche ich, dass es mir die Beamtung gebringt. So. Langsam. Alles anbissieren ist immer so eine Sache. Und. Und. Ja. Ich werde immer besser. Ja. Gut gelungen, ja. Rettungsaktion. Ja. Rettungsaktion. Ja. Ja. Es ist jetzt da bald. Rettungsaktion. Ja. Schaut gut aus. Ja. Schaut gut aus. Das ist ein Screenshot-Werb. Gefällt mir. Ja. Ich baue immer gerne an den Flüssen, am Wasser, Bäume, Berge rundherum. Schneegegend, Wüstengegend will ich nicht so richtig. Na ja, im Rassspiel sucht man sich einen Ort, das einem gefällt. Und mir gefällt es hier. D Desashant. Ich baue jetzt Möchte mit Be Damon und auser